Das konnten wir leider doch nicht für den modernen Hang anrufen. Das Keypad... ...und das jetzt 5 4 3 2 1 4 ist. Okay, so lang ist das nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Haben wir wahrscheinlich übersehen. Offenbar. Ist da noch irgendwo irgendwas... How to lose fat. Fast. Kannst du aber mit Fällen nach oben rufen. Ja, mehr steht da aber nicht. Wie musst du den da hinten anrufen, weil du vielleicht benutzt ja da den Code. Äh, na, Gott. Rüst mal das Handy aus. Ne, ne, warte. Man... Ja, okay, okay, ich rüste das Handy aus. Jetzt mal zu. Ja, guck, da... steht das dann da oben. Dann können wir jetzt mal zu. Ne, 2 ist ja nicht. Deswegen, was war's nochmal... 5 4 3 2 1. So. Moment, wo? Moment, wo? Moment, wo? Wie geht es nun? Da war's. Na... Wir müssen irgendwas übersehen haben. Ja, ich weiß nicht. Einfach mal, wenn man da das alle gibt, oder? Dann kommt man die Nummer. Ja, aber ist ja nicht. Ja, wenn man da anruft, halt aber richtig anrufen. Und ich weiß ja nicht, wie richtig anrufen geht. Ja, aber der wurde mir doch gesagt. Drücke Z, um jemanden anzurufen. Also um die Nummer zu wählen. Ja, du musst es ja aber gehen. Ja. Hast du auf den grünen Hörer gedrückt? Ich hab ENTER gedrückt. Ich hab ENTER gedrückt. Das ist so gut, der Rektor. 2 1. Was? 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. 5 4 3. 5 4 3. 2 1 4. Ja, also war's doch richtig. Ich hab nur die 4 vergessen. Ich bin minimalistisch überfordert. Minimalistisch überfordert. 5 4 3 2. 5 4 3 2. Vielleicht das Minus. Das wäre jetzt auf dem nicht. Wenn da jetzt noch ein Minus mit eintreten müsste, wäre das möglich. 5 4 3 2 1 4. Äh, Minus nicht. Egal. Okay. Z, also 5 4 3. Minus. Oder was war's? 2 1 4. 2 1 4. 4. Irgendwie kippt das dann nur dreimal. Keine Ahnung, was das sein soll. 2 1 4. 2 1 4. 2 1 4. 2 1 4. 2 1 4. Wir stehen auf dem Schlauch, Leute. Eindeutig. Ja, wie soll'n das sonst gehen, wenn die sagen? Drücke Z zum Eingeben der Nummer, dann... ...würste das doch eigentlich... ...sollte man meinen. Achso, da war er noch. Ja. Das ist jetzt ziemlich scheiße. Hm. Ich versteh's nicht. Haben wir... So. So. Das haben wir nicht. Wir haben ja nur diesen Ripped Schmecker, so ne Tücke. Art. Was? Hm. Hm. Da steht halt die Nummer drin. Ich hab's ne Tücke. Und wir haben jetzt einfach voll keine Zeit danach zu schauen. Und wir müssen jetzt eigentlich weitermachen. Ja, ist echt so. Wir haben die Zeit einfach nicht. Aber es ist halt irgendwie auch scheiße. Ja. Ja. Leute, wir sind Abzug ohne Spiegel erforderlich. Warum ist jede Tür elektronisch gesichert? Oh! Was? Ja. Ja. Das ist ja nicht möglich. Ja. Ja. Schau, guck mal. Ich versteh's nicht. Oder müssen wir das eingeben? Ja, natürlich. Don't delay call. Nee, das ist ein Spiel. Nein, muss er nicht. Wie telefoniert? Da gibt's sogar einen gute Frage-Eintrag. Sorry, Leute, dass das jetzt gerade echt arg langweilig für euch sein muss. Ja, es tut uns wirklich leid. Mann. Oh. Ich hab' ein Handy mit WLAN. Oh, Leute. Das tut uns jetzt gerade mal echt leid. Mach mal ein paar Faxen. Nee, ich geh jetzt noch mal nachschauen, ob wir irgendwo irgendwas vergessen haben. Wie, das kann doch nicht. Hier. Ach, Leute, das tut uns echt leid. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Waschmaschinen ist auch nix, die extrem gut aussehen, möchte ich mal so anmerken. Ja, finde ich auch. Boah, da ist auch nix. Ja, da komm ich her. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh man, ich hasse es, wenn man so auf dem Schlauch steht, ey. Ja, man, ich unterhalte die Leute, indem ich hier durch Pfützen laufe. Die irgendwie voll komisch aussehen, weil das einfach so ein Viereck ist, wo dann auf einmal Wasser ist. Hm. So Leute, wir... Y... Musst du dazu sagen... Das ist nicht wirklich komisch. Das ist nicht wirklich komisch. Das ist nicht wirklich komisch. Das ist nicht so komisch. Hallo? Hallo?